Guten Tag, Herr Bombay. Darius Lang, mein Name. Ich melde mich bei Ihnen. Sie haben gerade bei uns Interesse gezeigt an Online-Trading. Ja, Trading machen. Wollt ihr ein Geldverdiener machen? Genau. Schauen Sie, ich bin ein persönlicher Kundenbetreuer unter der Hilfe, dass wir das Ganze aktivieren. Wissen Sie, dafür bin ich ja zuständig. Nochmal? Das war viel zu schnell. Ich habe gar nichts verstanden. Ich bin ein persönlicher Kundenbetreuer unter der Hilfe, dass wir das Ganze aktivieren. Wissen Sie, dafür bin ich ja da. Ach so. Das ist sehr gut, oder? Sagen Sie mir bitte, wie jung sind Sie denn? Was bin ich? Ich komme von Indien. Wie alt sind Sie? Indien. Nein, wie alt sind Sie denn? Ach so, ich bin 33 Jahre alt. 33? 33 Jahre, ja. Okay, was sind Sie denn vor Beruf? Noch einmal? Vor Beruf, was arbeiten Sie? Ich bin bei Baustelle machen. Baustelle, okay. Erfahrung mit der ganzen Sache hatten Sie doch noch nicht? Nicht Ausbildung machen und jetzt seit 15 Jahren bei Baustelle arbeite. Nein, 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 nein. Das war nicht die Frage. Sagen Sie mir, hatten Sie Erfahrung mit den Bitcoins gemacht? Nein, 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 nein. Viel im Internet lesen, bisschen Video gucken und das ist sehr interessant. Interessant, okay. Genau, aber ich habe nicht ganz verstanden, was kann man machen, was muss man machen und kann man Profit machen, okay? Kann man natürlich, wissen Sie. Also ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie auch ein Millionär werden, aber schauen Sie die Summe verdoppeln, verdreifachen in zwei, drei Monaten. Das ist schon ehrlich gesagt möglich und realistisch, wissen Sie. Ja? So viel Profit machen? Das ist schon auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also viele Menschen leben auch von das. Jetzt haben wir wirklich auch einen guten Zeitpunkt, dass sie Investitionen da auch machen, weil schauen Sie, leider wegen dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Krise. Aber viele Aktien steigen, entweder fallen in diesen Momenten, dass können Sie sozusagen guten Profit herausschlagen, wissen Sie. Ja, das ist sehr gut. Ein bisschen Geld machen, ja? Sagen Sie mir bitte, benutzen Sie denn eine Kreditkarte, Master, Visa, vielleicht Online-Banking, E-Banking, Bezahlungsarten? PayPal, Visa-Card, Sparkasse, Konto. Visa. Okay, okay. Ich werde Ihnen jetzt eine E-Mail zukommen lassen für die Aktivierung. Gehen Sie bitte in Ihre E-Mails rein, Post teilen. Was benutzen Sie gerade? Handy, Computer, Laptop? Was haben Sie vor Ihnen? Desktop-Computing. Computer, okay. Gehen Sie bitte in Ihre E-Mails. Okay, gehen Sie. Wie bitte? Bei Fire up und bei zu Hause immer Technical Support von Microsoft machen, ja? Jetzt haben Sie keine Zeit, oder wie? Doch, doch. Jetzt Computer da haben. Ich den immer mitnehmen. Aha, okay. Okay, gehen Sie bitte in Ihre E-Mails rein, Posteingang, die E-Mail-Adresse Mumbai, 34 jetzt, Fucado.com. Wie ist das Ihre denn? Ja, ja, ja. Ich das gleich aufmachen. Okay. Okay. Und wie viel Geld man muss mal geben bei deiner Firma, sag mir? 260 Euro ist der Moment das Minimum. Wie viel? 260. 260. 260. Okay, das ist sehr gut. Aber da nicht viel Profit machen. Schauen Sie, ehrlich gesagt, kann ich Ihnen das auch nicht versprechen, aber schauen Sie, das Geld, das Sie investieren, wird auch Ihr Startguthaben sein. Wir nehmen Ihnen keinen Cent. Von der Summe können Sie von mir aus auch 50 Euro erstmals investieren, damit Sie ein Einbieter darüber bekommen, wie das funktioniert. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie immer nachinvestieren. Wenn Sie sagen, das gefällt mir nicht, steigen Sie einfach aus. Verstehen Sie mich? Okay. Und kann man dann Bitcoin kaufen und Dockcoin kaufen, ja? Natürlich, natürlich. Ja, wie viel? Schauen Sie, Sie können kaufen, wie viel auch immer, verstehen Sie mich? Jetzt hängt davon ab, auch von der Kurs ein bisschen, wissen Sie. Aber der Finanzberater wird sich ja über das aufklären. Machen Sie da keine Sorgen. Right. Okay, und was ist, wenn wir ein bisschen mehr nehmen als 206 Ziegen Europa, kann man Bonus kriegen, right? Wie meinen Sie das? Bonus, Bonus. Drauf und Reingabe. Das wirst du nicht kennen. Schauen Sie, können wir das auch nachfragen für Sie? Gar kein Problem, wenn Sie auch ein bisschen mehr investieren, kriegen Sie vielleicht auch einen Bonus. Das ist gar kein Problem. Ja, aber muss ich ja vorher wissen, wenn Sie nichts machen und dann nichts kriegen. Inflationszuschlag, right? Genau, genau. So ist es. Okay, und wie viel kann man bekommen? Schauen Sie, ich kann Ihnen hier keine Verschwächungen machen. Also ich werde für Sie nachfragen. Der Finanzberater wird Ihnen auch schon einen Bonus geben. Er wird das auch für Sie nachfragen, wissen Sie. Ich kann Ihnen ja nicht das anbieten, verstehen Sie mich? Der wird mir einen Otter-Bonus geben, sagt Stieglitz. Ist der richtig dick? Schauen Sie, ich kann Ihnen das nicht versprechen, Herr Bumbay. Aber er wird Ihnen das anbieten. Können Sie Nachfragungen machen? Okay, schauen Sie, kann ich den Moment, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht persönlich anbieten, wissen Sie. Der Finanzberater ist sozusagen der erste Schritt, wissen Sie. Ja. Bei mir können Sie das nur aktivieren mit den 260 Euro. Danach, was Sie machen, ehrlich gesagt, das geht mich nicht an, dass Sie sozusagen, Sie machen das unter Finanzberater direkt, verstehen Sie mich? Also Arbeitsteilung, right? Bei Deutschland muss man immer sagen, Arbeitsteilung. Linke Hand weiß nicht, was Sie direkt denn machen. Genau, das ist eben so. Wunder, bist du. Also wie gesagt, ich bin hier sozusagen der niedrigste Schritt, also ich darf hier keine Verschwächungen machen, verstehen Sie mich. Bei Deutschland ein wichtiges Sprichwort, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zum Ziegebock. Kannst du mir IBAN geben, da kann ich eine Überweisung machen? Schauen Sie, Sie machen das über unsere Seite, wissen Sie, ich habe Ihnen einen Link zugesendet. Ja, mit Ziegebock drinnen? Wie meinen Sie? Ziegebock drinnen. Bei Webseiten. Was meinen Sie mit, was meinen Sie Ziegebock? Wie sagt man bei Deutschland, ähm, 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 Profit machen, ja? Okay. Ja. Sagen Sie mir bitte, haben Sie denn meine E-Mail bekommen von Darius Lang, ist der Absender, das ist von mir aus gesendet worden. Ja, ja, der ist angekommen. Okay, öffnen Sie bitte einmal die E-Mail. Ist offen. Okay, sehen Sie da einen Link, wo steht HTTPS, Education Only? Ja, ich kann das gucken. Öffnen Sie bitte den Link, öffnen Sie bitte einmal den Link. Ähm, 404, not found. An welche E-Mail-Adresse hast du das geschicken? Hm, Sie haben mir jetzt doch gesagt, dass Sie die E-Mail bekommen haben. Machen Sie Schätze mit mir. Ja, aber an welches Adresse denn schicken? Ja, das ist den richtigen. Und ich drücke auf den Link drauf, der sagt 404, not found. Cannot establish connection to website. Äh, sehen Sie da den Link, wo steht HTTPS, Education Only? Ja, ich habe es drauf drücken. Das hat 404, not found. Ist, äh, Problem mit Webseite? Da gibt es kein Problem. Also ich habe die Seite heute also x-mal schon benutzt. Verstehen Sie mich? Einmal F5 drücken, vielleicht Virus gekommen. Ich möchte nicht wissen. Klicken Sie einmal auf F5. Gar kein Problem. Ne, ne, bei deinem Computer drucken. Einmal Alt-Taste drucken und F4 drücken. Alt und F4? Ja, einmal drucken. Okay. Hast du gemacht? Ja, habe ich. Und was passiert dann? Also nichts. Das schlägt. Was ist das für Musik bei dir da hinten? Hast du Disco-Party? Ja, schauen Sie, wir haben normal Musik bei uns. Das ist gut, das ist gut. Ist es indische Musik? Nein, es ist keine indische. Was darf für Musik sein? Wie bitte? Was für Musik? David Guetta. David Guetta, ich glaube. Ach so, ich nix kennen. Aha. Okay. Von wo kommst du, mein Bruder? Bist du von Pakistan? Ich komme aus Poland. Nein, aus Poland komme ich. Du hast accent wie Pakistan, okay? Okay. Right. Hab ich nicht gewusst. Magst du Pakistan? Ja, wieso nicht, also... Ich würde alle keine Menschen, woher sie sind, wissen Sie. Oh, sehr gut, sehr gut. Aber nicht an der Straße festkleben, ja? Wie bitte? Nicht an der Straße festkleben. Genau, genau. Right. Das ist nix gut. Also gib mir deine IBAN. Schauen Sie, den IBAN haben Sie doch auf der Seite, wissen Sie. Ja, aber seitdem nichts funktionieren. Nicht Fehlermeldung bekommen. Fehlermeldung bekommen. Können Sie, können Sie denn die E-Mail, also sozusagen die E-Mail-Adresse kopieren und den ganz normalen Suchbrowser öffnen? Okay, bon bye. Kannst du einmal buchstabieren machen, bockstabieren, ziegenbockstabieren bitte? Was meinen Sie, ziegenbock? Bockstabieren. Buchstabieren? Ja, den Internet. Können Sie nicht den Link einfach kopieren und da in den Suchbrowser einkommen tippen? 404, not found. 404, nix gefunden. Kaputt. Okay, schauen Sie. Einmal buchstabieren machen. Da, wo Sie sehen, den Link, HTTPS. Einmal den kopieren. Halten Sie mit den Fingern daran fest oder mit der Maus. Ich habe keinen Touchpad. Kopieren Sie einmal den... Ja, was nutzen Sie denn? Ein Computer. Dicke Computer haben das nix Touchscreen. Kannst du mal Internet-Adresse boxieren, bitte? Schauen Sie, von links sehen Sie das also mit der rechten Maus-Klick, also kopieren Sie einmal den Link. Und dann öffnen Sie den normalen Suchbrowser und einmal kopieren Sie den Link in den Suchbrowser. Also Sie werden das sicher nicht schaffen. Also so flink sind Sie. Ja, du kannst auch einfach Boxstabieren. Das ist viel einfacher für uns beiden. Und zeig mir, dass du bist ein guter Partner. Und wirklich? Ja, einmal Boxstabieren bitte. Okay, schreiben Sie bitte folgendes. HTTPS. Ja. Nur einen Moment bitte. Doppelpunkt. Und zwei Stricke. Ich weiß, sollst du mir die Internet-Adresse geben? Ich weiß, was Cybertext Markup Language ist, okay? Wie bitte? Du sollst dir die Adresse geben. Adress, Internet-Adresse. Ich habe die Internet-Adresse gegeben. Nein, 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 du hast HTTPS sagen. Das ist egal. Ich brauche nur das Adresse. Das macht meine Browser alleine, okay? Meine Browser ist ZGTB. Der macht das alleine, okay? Aha. Dann Evi, Emil. Emil. Dora. Dora. Uwe. Uwe. Cesar. 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 Okay. Theodor. Theodor. Ida. Ida. Otto. Otto. Knotpol. Education. Genau. Education. I guess you need some more of that. Okay, where's the domain dahinter? L.I. Also Ludwig Y. Ist das Adress von Libanon? Geht auch nichts auf. Sie meinen? Punkt L.I. ist Libanon. Bist du Muammar Al-Gaddafi? Mein Freund? Nein, nein, nein. Nein? Nein, also schau sie, das ist vor der Seite. Geht nichts auf. Sie müssen den ganzen Link, also da entippen. Ich habe Ihnen das schon gesagt. Denn Verbindung ist nicht sicher, sagt ESET. Okay? ESET, beste Programm. Habe ich gekauft bei meiner Kollegen von DPC-Profis aus Süderlöhnen. Okay? Sehr gute Technical Support geben und Internetseite kaputt. Internetseite kaputt. Schauen Sie, ich kann es nicht dazu, leider, wissen Sie. Also der Link funktioniert ja in der Sprite, bei jedem Kunden. Nein, nein, nein. Also ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, wo das Problem bei Ihnen liegt. Hast du AnyDesk, da kann ich bei dir Technical Support Durchführung machen. Können wir Reparatur machen. Nein, das benutzen wir leider nicht. Das benutzen wir leider nicht. Hast du Team Bieber? Team Bieber? Das auch nicht. Das dürfen wir nicht benutzen, wissen Sie. Aber wie ziehst du denn die Leute über den Tisch, wenn du das alles nicht tust? Verstehen Sie, wir machen das alles, also die Kunden machen das selber. Also ich ziehe sie nicht über den Tisch. Nein, nein, nein. Das ist ja, weil du, der Trick ist, eine Menschen so schnell bei den Tisch zu ziehen, dass sie das als Nestwärmeempfindung machen. Okay? Und du machst das sehr gut? Ich meine, ich mache das sehr gut. Ja. Ja, danke Ihnen. Was kann ich Ihnen noch sagen? Ja, ist eigentlich kein Kompliment, aber Ganesha hat die sehr lieb, okay? Schauen Sie, ich weiß nicht, von was Sie reden jetzt, dass ich Menschen über den Tisch ziehe. Von der Heilige Kuh. Schauen Sie, ich habe nicht in die... Was haben Sie geguckt? Die Heilige Kuh. Was haben Sie geguckt? Die Heilige Kuh hat gesagt, wir sollen deinen Kopf nehmen. Meinen Kopf nehmen? Ja. Wieso denn? Damit du nichts mehr zu anderen Menschen Geld wegnehmen machen. Okay, wer hat sie denn betrogen so viel, dass sie so über uns denken? Pakistan. Was habe ich zu tun mit Pakistan, Herr Bumbein? Du, gleiche Trick machen. Was mache ich denn? Du, gleiche Trick machen. Gleiches Zeug? Nein, also ich bitte Sie. Ich habe Ihnen hier auch keine Versprechungen gegeben. Ich bitte Sie. Ich darf das auch nicht machen. Und übrigens ist deine Internetadresse.io, du hast zu mir .il gesagt, aber das war ja auch schon wieder zu viel verlangt, diese ein Domain sich zu merken mit zwei Boxstaben. Right? Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter, wissen Sie? Ja, 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 Education wäre kompliziert. Oh, genau, genau. Wo hast du dann Education bekommen? Für Sie ist es ja. Was hast du für einen Beruf gelernt, mein Freund? Einen Beruf? Ja, hast du nicht, ne? Nein, habe ich nicht. Bist du zur Schule gegangen? Nein, auf gar keinen Fall. Welche Schule meinen Sie? Ja, genau denn. Ist deine Mama stolz auf dich, du Versager? Ist sie, natürlich. Du bist ein Dieb und ein Bettler im Internet. Wie der Rainer Winkler. Du sitzt hier und bettelst die Leute an. Schäm dich. Ja, ich bettel die Leute an. Ja. Sie haben mich so, äh, Sie haben sich registriert. Also, ich habe die Daten hinterlassen, Herr Bumbay. Ich bitte Sie. Ja. Also, ich habe die Daten hinterlassen und du hast den besten Eindruck bei Community hinterlassen. Die Menschen werden dich hinterlassen. Meine Community, right? Von Liga der Außergewöhnlichen Scambeta-Ride. Danke Ihnen. Schauen Sie, ich schätze mich glücklich hier. Ja? Also, wie heißt denn Ihre Seite? Also, kann ich mich selber hören darin? Ja, kannst du, kannst du mal aufschreiben? www. www, okay, habe ich ein Blatt Papier und das steht bei mir. Kaufmann, Emil Kaufmann. Emil Kaufmann. Kaufmann, Emil Kaufmann. Du musst richtig zuhören. Okay, ich höre es Ihnen zu. Kaufmann. Ja, fang nochmal von vorne an, sonst klappt das nicht. Emil Kaufmann, ich habe das auch notiert. Machen Sie keine Sorgen. Und dann Marta Anton. Marta Anton. Punkt net. Punkt net, okay. Ich werde mir das ansehen. Danke Ihnen. Schau mal drauf. Dann kannst du dich selber sehen. Okay, okay. Bedanke mich bei Ihnen. Schauen Sie, ich wünsche noch viel Spaß, viel Glück im Leben. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Freunde. Du hast Freunde, das kann ich nicht glauben. Ja, natürlich. Du zockst andere Leute ab und ich rede noch mit dir. Nein, ich bitte Sie. Herr Bombay, also, das haben Sie gesagt. Also, ich darf mir das nicht gesagt. Also, ich nehme abends all den Leuten das Geld weg. Dann werde ich dem Ziegenbock in die Schnauze schlagen, okay? Okay. Okay. Der Kuh sei Dank, ja? Der heilige Kuh, die wird dir holen, kommen. Okay. Herr Bombay, ich bedanke, ich bedanke für die Zeit. Soll ich dir Arbeit bei Schuhfabrik geben? Da kannst du ehrliche Arbeit machen. Möchtest du Arbeit bei Schuhfabrik? Wie verdient man da? Was machen wir? Wie kann man da verdienen? Aktien Europa bei einer Stunde und gute Karma. Ja, das ist nicht schlecht, den ich gesagt habe. Jetzt kommst du hier nach Hamburg, kann ich dir richtige Arbeit geben. Okay, kann ich. Gibst du mir dein E-Mail-Adress, kann ich dir Invoice schicken, okay? Haben Sie meine E-Mail-Adresse? Nein, 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 privaten. Nichts von Arbeit. Ist aber keine Arbeit. Schauen Sie, okay, schauen Sie, das ist ja von der Arbeit, aber schauen Sie, Sie können mir da antworten. Also, ich weiß, dass alle Kontaktdaten von Ihnen haben dann. Das ist sehr gut. Schauen Sie, das ist schon eine, also ich verdiene da dort mehr als sozusagen hier, ehrlich gesagt. Ja, guck, dann muss das... Also, der Lohn ist schon gut dort. Dann musst du nichts deiner Seele verkaufen. Und deine... Aber du musst... Ich verkaufe nicht meine Seele, ich bitte Sie. Doch, du zockst laut in den Winten. Also, das ist hier ein ehrlicher Job. Nein, 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 nein. Schauen Sie, stopp. Aber es ist nicht anstrengend, ich sitze im Rollstuhl, ja. Du sitzt im Rollstuhl? Genau. Du kannst trotzdem bei Schuhfabrik arbeiten, musst du nichts laut in das Geld wegnehmen. Wie ist dein richtiger Name? Gibt es ein Band, sozusagen, oder? Wie ist deine richtige Name? Darius heiße ich. Nein, 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 du bist... Du hast... Kannst du mir nichts sagen. Du bist dein richtiger Name. Ich bin... Mein Name, du kennst. Ja, das kann ich nicht einschätzen, ob das der richtige Name ist, wissen Sie. Also, wir reden hier über das Telefon nur, verstehen Sie mich? Über Hotels? Also, sowieso über das Telefon. Ja, und wir reden über Arbeit bei Schuhfabrik machen. Und weg ist der!